So, da bin ich wieder, Airframe-Paced City in Mallorca City. Das ist meine Lieblingspalme, oder? Nein, die. Die? Du hast gar keine Palme. Wie so ein Dschungel ist das hier. Ah, aber dann... Ja, also sie hat das auch gehört. Du, 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 du! Da, Vogel! Das ist eine Abkürzung, oder? Ja, eben! Willst du die ganze Zeit? Jo! Guck mal, Eis! Was ist das? Eis! Was war das denn? Das war eine Biene. Payers. Nicht Prayers, nicht Players, sondern Payers. Da ist ein Eisdealer, gehe ich jetzt was essen. Deswegen heißt es Cod! So, und hier sind wir am Flughafen von Mallorca. Dann schauen wir mal hier, wo lange es zum Board geht. So, da sind wir jetzt. Wir müssen zu D. Schauen wir mal. Harder Sonnenschein, wunderschöne Luft, Temperatur stimmt, die Windzüge, die sind auch perfekt. Da ist doch hier mit hier im Terminal. Da finden wir alles mit. Nee, aber... Ach, hier. Du die bitte, da ist ein Leiche jetzt. Da ist Dracula drin. Wo ist unsere Crew? Wo ist unsere Crew? Wo ist die? Flieger!